Betrachten wir den Absatzmarkt des Produkts der Chemiefabriken unseres Fallbeispiels unter vollständiger Konkurrenz. Zu einem Preis von 4 Euro hat sich hier ein Marktgleichgewicht eingestellt, bei dem 40 Mengeneinheiten dieses Produkts verkauft werden. Erinnern Sie sich daran, dass die Angebotskurve die Grenzkosten der Produzenten widerspiegelt? Diese Kosten treffen die Anbieter unmittelbar selbst und können deshalb als private bzw. interne Grenzkosten bezeichnet werden. Die Herstellung dieses Produkts verursacht durch die Wasserverschmutzung Schäden, die dritte, in unserem Beispiel die Fischer, zu tragen haben. Die damit verbundenen Kosten werden aber in dem Gewinnmaximierungskalkül der Chemiefirmen nicht berücksichtigt. Von der Produktion gehen daher negative externe Effekte aus. Diese Schäden werden als externe Grenzkosten zusätzlich in das Diagramm eingetragen. Die letzte produzierte Einheit im Marktgleichgewicht hat also private Grenzkosten in Höhe von 4 Euro verursacht. Aber zusätzlich sind noch 2,60 Euro Kosten durch die externe Schädigung der Fischer zu berücksichtigen, um die gesamten volkswirtschaftlichen Grenzkosten zu erfassen. Als Summe aus privaten und externen Grenzkosten lässt sich nun die Gerade der sozialen Grenzkosten ermitteln. Gemessen an den sozialen Grenzkosten in Höhe von 6,60 Euro produzieren die Chemiefirmen mit 40 Mengeneinheiten zu viel, denn den Konsumenten ist die letzte Einheit ja nur 4 Euro wert. Das gilt für jeden Output, der 30 Mengeneinheiten überschreitet. Deshalb kommt im Marktgleichgewicht ein Effizienzverlust in Höhe des schwarz markierten Dreiecks zustande. Eine effiziente Allokation erfordert also die Produktion von 30 Mengeneinheiten. Dazu müsste sich allerdings der Marktpreis bei 5 Euro statt bei 4 Euro einpendeln. Gemessen an den wahren Kosten des Gutes führt also der Preismechanismus zu einem zu niedrigen Preis und einer zu hohen Produktion. Gemessen an den wahren Kosten des Gutes.